Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute Karten für euch. Also soll ich es jetzt so zeigen. Wir haben fünf Packs gekauft und ja wir haben und wir werden noch mit Ball spielen. Mit unserem Ball. Rönka kannst du, bevor ich die Karten zeige, vor und neben dem Hund. Also ich sag euch mal. So wir haben Rönal de Topler. Oh oh, den kann ich leider nicht tun. Ich glaube das ist Seferovic. Nee. Stanchio. Oh nein. Blecki. Andone. Igor Aquifer. Zoltan Guerra. Oh. Ja. Necklisch. Macerano. Cipillo. Victor Fischer. Romelu Lukaku. Andone. Aaron Ramsey. William Paolo. War das? Dann Russen. Der heißt Ulasakow. Dann haben wir hier Hofland. Hovland. Simali. Wir haben Tepeg. Casero. Romelu. Tatarazón. Fensferi. De Rosi. Dinazad. Walla Stujac. Wir haben Lindeleuf. Sanchez. Wir haben Svensson. Svensson. Zloko Ferrati. Gaurishma. Und Rahimi. Und jetzt werden wir mit unserem Ball spielen. Und hier sind meine alten Karten halt. Werden wir sie jetzt nicht zeigen halt. Bei einem anderen? Mhm. Er ist halt mein Bruder und hier. Also los geht's mit Ball spielen. Also wir können uns jetzt leider nicht sehen. Und hier wartet es gleich bis gleich. Und hier ist unser Ball. Und hier ist unser Ball. Und hier ist unser Ball. Den haben wir in der Allianz Arena gekauft. Den FC Bayern. FC Bayern. FC Bayern. Und das motorcycle ist dieser Ball 41. Und jetzt wieder loadast den Ball. Los geht's. Also mach mal. Mach mal. Der Tor ist 4 bis 4. Und Tyler ist 4 bis 4. Und hier ist 4 bis 4. Warte mal. Kann mal die Beine sehen. Was? Man kann nur die Beine sehen. Wow, der ist der? Mach Pause. Und es geht los. Wir haben uns entschieden. Ich zeige euch mal mein Tor. Also, mein Tor ist nochmal das da. Ich hol's kurz. Also, ich zeige mal mein Tor. Schau's. Das ist voll unfair. Meiner ist so groß und deiner ist so klein. Ja, wir machen dann halt hier. Ja, mein Gott. Ich weiß nicht, warum wir uns gut sind. Ich setze gleich schnell losgehen. Ja, das ist. Und das da. Bis hier da. Ist das Tor. Wir haben halt eine kleine Schwester. Sie heißt Jana. Aber unsere Mama ist jetzt spazieren gegangen. Mit einem Spazierbesuch, weil meine Tante gewusst hat. Und ich und mein Bruder wollten nicht. Und das ist bloß unsere kleine Schwester, Jana. Und da passen wir noch. Ja. Wollt, ich geh bisschen ein bisschen näher. Also, hier, wir schießen schon da. Hier. Wo siehst du das? Wollt, ich das bisschen besser, dass man den Ball sieht. So, jetzt ist man also da. Wir haben viele Schwester, Brüder. Oh, Scheiße. Oh, da wird das fast umgekehrt. Ja, das ist die Kamera. Ja. Da ist dumm, da rum. Aber wir nehmen gerade hier eine echte Kamera. Ja, aber sie ist so groß und beteiligt. Und darum kann sie nicht so gut laufen. Aber die hat überhaupt wenig gekostet. 90 Euro. Nur so 100. 100 Euro. Man braucht nur ein 100er Schein. Aber unser, wenn ihr wisst, unser heiliger Kanal heißt Veronika und Nick. Okay. Nein, nein, unser Kanal heißt Veronika, der ich hatt. Und er hat einen Kanal mit seinem Freund, aber er muss den Bruder nennen halt. Das heißt Nick. Nick, wer heißt nochmal, ich hab's vergessen. Nick, super Kanal, Merz. Nee, Nick, super Ferrari, Kanal, Merz. Ja. Und es war schon auch schon mal mit dem Video. Und tschau.